Der weltweite Mangel an Mikrochips und Elektronikbauteilen macht Volkswagen weiter Probleme. Das Stammwerk in Wolfsburg muss auch kommende Woche die Produktion bremsen. Für die Belegschaft heißt das weiterhin Kurzarbeit. Laut Konzern werden v.a. zu wenig Halbleiter geliefert. Die sind wichtig für die Elektroniksysteme. Auch andere Hersteller haben deswegen Probleme. Fahrzeuge mit elektrifizierten Antrieben erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nach Angaben des Europäischen Herstellerverbands ACEA hat sich der Anteil von reinen Elektroautos bei Neuzulassungen in der EU im 2. Quartal dieses Jahres verdoppelt. Und weil die Verbraucherakzeptanz laut ACEA direkt mit dem Pro-Kopf-Einkommen zusammenhängt, braucht es künftig auch günstige Modelle. Ein Unternehmen in Itzehoe in Schleswig-Holstein hat einen erschwinglichen Elektrobus entwickelt, der zu 98 % recycelbar sein soll. Er fährt maximal Tempo 100, Reichweite bis zu 600 km. Drei Jahre hat sein Unternehmen an der Entwicklung des X-Busses gearbeitet. Mehr als 1.000 Bestellungen liegen vor. Händler in ganz Europa sollen ihn verkaufen. Wir müssen weg, dass wir immer größer, schwerer, schneller in den Fahrzeugen werden. Wir müssen den Verbrauch der Fahrzeuge reduzieren. Da spielt die Leichtfahrzeugklasse eine ganz entscheidende Rolle. Der Leichtbus wiegt 600 kg. Der Besitzer kann den Bus in einen Lieferwagen umbauen, so das Konzept. Möglich ist das bei diesem Prototyp aber noch nicht. Zwischen 17.000 und 32.000 Euro soll er kosten. Ab kommenden Sommer soll der Elektrobus hier in Serienproduktion gehen. An der FH Westküste beschäftigt man sich auch mit der Mobilität der Zukunft. Jeder redet heute von der Elektrifizierung des Antriebs. Jeder redet von dem Digitalisierungskonzept. Jeder redet jetzt vom autonomen Fahren. Viele Sachen sind da schon eingeflossen, aber in dem Maß anscheinend nur, wie es wirklich notwendig ist für diese Nische macht, Leichtfahrzeuge. Und das finde ich dann schon spannend dabei. Für Itzehoe spricht die Nähe zur Autobahn und zu Hamburg, so das Unternehmen. In den kommenden fünf Jahren sollen auf dem Gelände 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Wir kommen auf dem Abstand.